Erneut wurde ein umfangreicher Einsatz der örtlichen Polizei durchgeführt, was manche kritische Stimmen als eine weitere Maßnahme zur Freude der Verkehrsampel betrachten würden. Nun sind die Verbrecher im Visier. An einer Schule wurde tatsächlich ein Plakat entdeckt, auf dem der Slogan Heimatliebe ist kein Verbrechen prangte. Diese Situation ist brisant und erfordert eine genaue Untersuchung der Hintergründe. Es ist wichtig, alle Aspekte zu verstehen, insbesondere im Hinblick auf die grundlegenden Pflichten der Polizei. Vielleicht haben einige Polizisten diese Pflichten aus den Augen verloren. Es ist notwendig, Nachhilfe anzubieten, um sicherzustellen, dass die Neutralität und Integrität der Polizei gewahrt bleiben. Es ist besorgniserregend, dass ein Mädchen aus dem Chemieunterricht genommen wurde, weil sie ein TikTok-Video über eine politische Partei geteilt hat. Diese Vorfälle werfen wichtige Fragen zur Meinungsfreiheit und zur möglichen Einschüchterung auf. Es ist entscheidend, die Hintergründe zu verstehen und die Öffentlichkeit zu informieren, insbesondere Eltern. Die Schulleitung hat ebenfalls reagiert und die Rolle der Polizei infrage gestellt, um sicherzustellen, dass sie politisch neutral bleibt. In Bezug auf das Plakat Heimatliebe ist kein Verbrechen wurde festgestellt, dass es illegalerweise angebracht wurde, was einen weiteren Vorfall an der Schule auslöste. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Hausfriedensbruchs. Es ist wichtig, die Gesetze einzuhalten und Missverständnisse zu vermeiden. Die Reaktionen auf solche Vorfälle, insbesondere von politischen Vertretern, werfen weitere Fragen auf. Die Polizei sollte ihre Pflichten gemäß den demokratischen Grundsätzen erfüllen und sich für die Einhaltung des Grundgesetzes einsetzen. Es ist wichtig, eine ausgewogene und unparteiische Herangehensweise zu wahren. Es bleibt zu diskutieren, ob die Grundpflichten der Polizei in solchen Situationen angemessen umgesetzt werden. Ihre Meinung zu diesem Thema ist entscheidend und wir freuen uns darauf, ihre Gedanken zu hören. Die Ereignisse, die sich an der Schule zugetragen haben, werfen ein Licht auf die Herausforderungen im Umgang mit Meinungsfreiheit und politischer Neutralität. Die Tatsache, dass ein Mädchen wegen des Teilens eines TikTok-Videos aus dem Unterricht genommen wurde, ist beunruhigend. Es stellt sich die Frage, ob solche Maßnahmen gerechtfertigt sind oder ob sie als Einschüchterungsversuch betrachtet werden können. Der Vorfall mit dem Plakat Heimatliebe ist kein Verbrechen verdeutlicht die gesellschaftliche Spaltung und die Auseinandersetzungen um politische Überzeugungen. Während einige dieses Plakat als Ausdruck von konservativen Werten betrachten, sehen es andere als Provokation und mögliche Verletzung des Hausfriedens. Die Reaktionen auf diese Vorfälle zeigen auch eine Spaltung in der politischen Landschaft. Einige Politiker fordern sofortige Maßnahmen gegen das Plakat, während andere die Meinungsfreiheit betonen und vor übermäßiger Polizeigewalt warnen. Es ist klar, dass diese Ereignisse komplexe gesellschaftliche und rechtliche Fragen aufwerfen, die sorgfältig untersucht werden müssen. Darüber hinaus ist die Rolle der Polizei im Umgang mit solchen Vorfällen von entscheidender Bedeutung. Sie muss sicherstellen, dass sie unparteiisch handelt und die Grundrechte aller Bürger respektiert. Die Einhaltung der demokratischen Grundsätze und des Grundgesetzes ist unerlässlich, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten. Es ist wichtig, dass diese Vorfälle nicht nur als isolierte Ereignisse betrachtet werden, sondern als Teil eines breiteren gesellschaftlichen Diskurses über Meinungsfreiheit, politische Neutralität und die Rolle der Polizei. Eine umfassende Diskussion und Analyse sind erforderlich, um angemessene Antworten auf diese komplexen Fragen zu finden und sicherzustellen, dass die Grundwerte unserer Demokratie geschützt werden.